Ja, ein Hallihallo und willkommen zurück hier in unserem schönen Vanish, in unserem schönen TakiTown. Und ich muss sagen, für mich ist es verdammt lange her irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Dadurch, dass wir mit den Folgen runtergegangen sind, sind meine Aufnahmepausen der doch etwas länger, wie gedacht. Zwei Folgen pro Woche ist schon happig. Also wenig eigentlich. Aber anders geht es halt gerade momentan nicht. Nicht, deswegen verzeiht, wenn ich mir ein bisschen verplant bin oder ein bisschen planlos gerade bin. Aber bevor wir einfach weitermachen, wie immer, gehe ich erstmal auf ein paar kleine Kommentare ein, wie zum Beispiel vom guten Marco. Er hat nämlich gemeint, die komischen Hüter wären, glaube ich, Legehennen. Okay, weiß ich jetzt nicht genau, was das uns bringen. Gut, klar, Legehennen klingt nach mehr Ei und sowas. Aber letztendlich kriegen wir ja hier auch Ei raus. Also irgendwann mal, das wird ja noch eine Weile dauern. 3 von 24. 7 von 9. Okay, wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Einen interessanten Tipp habe ich auch noch bekommen und zwar folgendes. Wir haben ja hier gerade einen Händler, der Pferde hat. So, wenn es nicht rausgepatcht wurde, kann ich jetzt zum Beispiel dieses Fenster hier einfach hier lassen. Und der Händler haut nicht ab, weil er denkt, oh, der will gleich noch ein bisschen handeln. Ähm, lass mich ein bisschen kurz scrollen. Ach, denn, ja, oh Gott, vor einer Woche schon her. Dossi, nur mal so am Rande. Im realen Leben packt man Brot eigentlich nur aus Mehl, Wasser und Salz aus. Es werden besondere Brote. Also in einem Standard-Misch- oder Weizenbrot kommt nichts anderes rein. Nein, traditionell. Also Milch und Eier haben eigentlich in einem Brot nichts zu suchen. Was dann dem Kuchen vorbehalten. Habt der gute Nachtfalter. Ja, ähm, dann die Holzkohle ist, glaube ich, besser als Feuerholz. Ausfälle zum Heizen. Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, wir hatten doch ein bisschen, lass mich mal kurz nachschauen. Wir haben hier die normale Kohle. Wir haben hier die Holzkohle, die mittlerweile auch auf Null ist. Wird sie doch verwendet? Ich hätte nämlich schwören können, dass wir ein bisschen gemacht haben und die nie verwendet wurde. Das können wir aber relativ schnell nachprüfen. Wir haben ja hier das Ding, das unseren Trick macht. Wir könnten hier aus den fünf Loks einfach mal ein bisschen Karkohle machen. Mh, weil letztendlich Bricks. Wie viele Bricks haben wir? Neun gerade. Ähm, hier werden 174 pro Jahr hergestellt, was gar nicht so wenig ist. Aber wir können ja mal ein bisschen Karkohle machen. Ich glaube, an Holz mangelt es uns gerade eh nicht, oder? Ah ja, pfff, hohoho. Das ist ja wunderschön. Auch generell hier, wenn ich so sehe, was wir hier an Feuerholz haben, dann möchte ich gleich mal auf einen sehr wichtigen Kommentar eingehen. Da muss ich nur ein bisschen hochscrollen. Also ich habe die Möglichkeit, ich kann die einzelnen Folgen aufmachen. Und wenn ich da oben reinklick, kommt der blöde Pausenbildschirm. Oder ich scrolle einfach in meinen Kommentaren, was die Folge hat, dass ich im Games ranzoom. Deswegen nicht wundern, wenn ich hier gerade ein bisschen ranzoom oder hochzoom. So, der gute Sun 2K2 kauft die Pferde als Handelswaren. Man kann in einem Stable domestierte Pferde herstellen. Es sind 250 wert pro Tier, bringen nebenbei Leder und Fleisch. Ähm. Okay, wenn die so viel wert sind. In einem Stable domestizierten. Okay. Ähm. Muss ich mal gucken. Food Production, Resource Production. Ist das dann die Resource Production? Stable. Production of Domestited Animals. Aber hier brauche ich ja diese zwei. Also, wir können ja mal ganz kurz. Das ist ja der Vorteil. Ach, das ist ja witzig. Den muss man auf dem Weg bauen. Interessant. Der hätte natürlich auch hier Platz. Ich, ich mach mal ganz kurz Pause. Setz das da hin. Du kannst dich anklicken. Ah, jetzt. So. Resource that needs to be gathered before construction can begin. Ja, das ist halt das Problem. Ich brauche diese Domestited Stables. Äh, also Animals. Und der kann das machen. Das ist irgendwie komisch. Außer das zählt daran, äh, das zählt. Also, ich würde jetzt einfach mal zwei kaufen. Das sind ja, keine 20, Gottes Willen. 1.600. Hä? Oh, wir haben ja gerade keinen eingestellt. Schlecht. Haben wir überhaupt jemand da? Oh ja. Uiui. Wir haben genug Leute da. Ähm. Ich stelle mal hier eben zwei ein. Toll. Die gehen alle in den anderen Hafen. Der ist aber aus. Wo gehen die denn hin? Wo gehen die denn hin? Haben wir noch irgendwo einen? Der Marktplatz? Nee. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich habe zwei eingestellt. Achso, vielleicht sollte ich auch. Ah. Das tut ja weh im Kopf. So, einer ist schon mal da. Wo der andere ist, weiß ich nicht. So, da ist der zweite. Okay. Ähm. Inventar technisch. Haben wir 600 Feuerholz bestellt. Sehr schön. Joa. Das wird jetzt ein bisschen runter gehen. 79. Was haben wir hier an Tools drin? Iron Tools 50. Okay. Jetzt wird auch ein bisschen aufgespockt. Weil das ist ja ein Witz, was wir gerade da drin haben. Wird jetzt ein bisschen dauern. Aber wenn der Trick funktioniert, dass ich den Farm Supply hier offen halte. Dass der hier nicht abhaut. Dann schauen wir mal, ob die Pferde irgendwie vielleicht als gezähmte oder als... Ah, ein schweres Wort. Gezähmte ist das falsche Wort. For the production of... Für die Produktion von domestated animals. Aber es braucht domestated animals. Kann ich die Dinger irgendwie... Weil ordern kann ich sie ja nicht. Also zumindest hier bei denen kann ich es nicht ordern. Deswegen ein bisschen verwirrt. Ein bisschen strange. Ah, da kommt noch ein Händler. Ach, ah je. So, ein bisschen Feuerholz haben wir drin. Aber das sind keine 1600. Das reicht nicht. Das geht natürlich ordentlich was runter. Was ist mit dem hier? Dem fehlt es an... An Eisen? Oder was fehlt dir? Lock, Iron und Coal. Ach so. Da ging unsere Kohle hin. Ja gut, das ist klar. Achtung mal wieder normales Zeug. Ist in Ordnung. So, ein Händler ist da. Der bringt Copper? Ui. Dann haben wir es. Cool. Nehmen wir eins. Was 290. Aber das ist okay. Zack, das sind ein bisschen zu viel. Na, ne. Was ist denn das für ein Schritt? Warum geht denn der hier 20 runter? Ist das dämlich. Äh, 4, 8. Oh Gott. Beinahe hat die Kaffeetasse wieder umgeschmissen. Oh, das... Ich muss die Kaffeetasse überhaupt da. Oh Gott. Ich nochmal. So. Nehmen wir... Den lassen wir da. Mal schauen, was wir damit machen. Was ist hier hinten? Bricks und Lumber. Was fehlt dir? Ach so, den hab ich gerade ausgemacht. Okay, dem fehlt gar nichts. Das ist schön. Generell. Wir haben noch 2 übrig. Ist einer gestorben? Ah. Ein Woodcutter ist gestorben. Alles klar. So, hier haben wir jetzt 500 drin. Zack. Das sind 2000. Das ist schon fast zu viel. Äh, dann gehen wir auf 450 runter. Ich mach das immer sporadisch. Okay, 25. Äh, 300. Ich bin einfach zu faul zum Rechnen gerade. Ach, scheiße. So. Dann haben wir hier 2 Pferde. Zack. Das ist okay. Feuerholz muss jetzt mal nachgelegt werden. Jetzt haben wir gar nichts mehr da. Das ist aber okay. Wir haben ja hier immerhin 3 Stück, die hier daraus Feuerholz machen. Aus den Loks. Weil ich sagen muss, wir haben ja hier jetzt unseren Köhler. Unseren Holzmacher. Holzkohlemacher. Hat der schon was hergestellt? 55. 55. Okay, dann verbrauchen die das wirklich. Weil laut dem haben wir hier gar nichts. Wir können mal in den Graph gucken. Ähm, gibt's hier irgendwas Spezielles für Brennholz? Reserviert. Okay. Fitness, Food, Lock, Stone, Fire. Gut, hier ist jetzt Firewood drin. Ähm. Nicht so wirklich, ne? Ne, haben wir jetzt so nicht gesehen. Äh, nichts da. Schade. Okay, macht nichts. Ähm. So. Jetzt schauen wir doch nochmal nach diesem Dominist. Böns. Einfach hier nochmal kurz rein. Kritisch unter D. Hier steht auch Stable. Hier steht jetzt Herzman. Herzman. Aber Herzman ist ja, ähm, die Professional. Oder? Oder? Mal kurz gucken. Unter H. Ja, genau. Das ist der Herzman. Also ich weiß nicht genau, wie ich den... Ah, der Stall hier. Ja. Ich weiß nicht genau. Muss ich den Pferden irgendwie... Wie soll denn das funktionieren? Ich kaufe wilde Pferde ein und dann sind die gezähmt. Oder, 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 oder... Gezähmt ist das falsche Wort. Ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Was ist mit dir? Dir fehlt Feuerholz. Ja, gut, ist klar. Wir haben ja gerade nichts. Wobei, eigentlich haben wir 45 da. Also eigentlich genug. Hm. Und das ist auch das einzigste Gebäude. Außer halt, das ist echt über das Ding, weil der sagt ja, der searched a land looking for animals to dominate, take a long time, you may eventually exhaust the local supply of animal available, at which time this building may be upgraded to a regular gatherer or removed. Also ich würde jetzt das hier einfach noch mitbauen, ganz ehrlich. Das packen wir jetzt mal... Ähm... Ne, das packen wir da hin. Schauen wir einfach mal. Wieder einer gestorben. Vielleicht. Jetzt haben wir nur noch einen gehilfen, ne? Und waren es noch fünf? Ich meine, gut, mittlerweile können wir den einen hier wieder entlassen. Das ist okay. Wir haben unsere zwei Pferde, das ist auch okay. Im Endeffekt ist... Ja, im Endeffekt ganz ehrlich, passt. Ist völlig in Ordnung. Wir brauchen gerade nicht mehr. Ah! Seht ihr? Er ist gegangen. Kaum haben wir das Fenster zugemacht. Also der Trick funktioniert. Solange das Fenster offen ist, verpisst der sich nicht. Okay. Aber da wir alles haben, was wir brauchen... Kupfer kann ich damit jetzt auch nicht so anfangen, wenn ich bin. Ist in Ordnung. Brennholz sollte erstmal anderweitig benutzt werden. Die Lager platzen hier halt 100%. Jetzt meistens mit Iron Ore voll, Clay ist drin, Iron ohne Ende. Und sogar ein bisschen Lamber noch übrig, obwohl wir gar keinen Lamber mehr herstellen. Aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Rein theoretisch könnten wir sogar ein Townhouse jetzt basteln. Wir haben ja dieses Homemade Ware gebastelt, äh, gekauft. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Gebäude anstellen können. Parallel dazu sehe ich gerade, ähm... Was sehe ich denn? Ja gut, Eisen ist hier ein bisschen im Weg. Hier unten mittlerweile auch schon ein bisschen was weggekommen. Das ist gut. Apropos Food. Ja. Ich glaube, an Essen mangelt es immer noch nicht. Mittlerweile sind wir ja bei 53 Leuten. Das ist ordentlich. Das Feld können wir eigentlich fast abreißen. Weil dann können wir hier weiter unsere Häuser setzen. Wenn wir dann welche brauchen. Momentan brauchen wir meiner Meinung nach gar keine. So, der ist jetzt auch voll mit Werkzeug. Das ist in Ordnung. Weil wir mittlerweile echt viele Leute haben. Deswegen würde ich da echt nochmal ein bisschen höher gehen mit der Reserve. Das ist völlig in Ordnung. Hier oben sind wir voll mit Holz. Hier sind wir platzen. Was uns eigentlich fehlt, ist Stein. Und zwar jede Menge. Ich habe gerade mal hier hinten ein bisschen einsammeln lassen. Wenn sie dann Zeit haben. Ich meine jetzt das Early Spring. Sprich unsere ganzen Farmer. Die gehen jetzt wieder aufs Feld. Farm. Logischerweise. Was wir auch noch machen könnten, ist einfach aus der Optik auch her. Ich mag das, wenn das so umschlossen ist. Dann können wir hier nochmal eins machen. Wieder umschließen. Immer so eine Straße dazwischen haben. Das finde ich optisch ganz schick eigentlich. So, das ist jetzt gleich fertig. Ach krass, den kann man echt irgendwann zu einem Wild Gather machen. Okay. Ja. Dann packen wir hier mal einen rein. Es heißt ja, es braucht sehr, sehr lange. Von dem her warten wir jetzt einfach ab, ob wir hier irgendwann mal zwei Stück bekommen. Vielleicht verstehe ich auch das Gebäude falsch. Dann tut es mir leid. Hier fehlt immer noch Feuerholz. Obwohl wir immer noch 48 im Lager haben. Also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Gut, der Verbrauch ist halt auch gerade massiv. Was macht unser Feuerholz? Äh, unser Feuerholz. Unsere Holzkohle ist jetzt bei 50 mittlerweile. Zwei Erwachsene wieder dazubekommen. Jetzt sind wir wieder bei 4. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da haben wir mittlerweile auch schon wieder einiges an Clay zusammen. Denke ich mal. Wo ist es denn? Wo ist unser Clay? 200. Bricks nur 12. Wir könnten natürlich hier wieder Building Supplies machen. Aber ich möchte sogar echt in der Tat das erste Haus mal upgraden. Zum Beispiel das Steinhaus hier. Das könnten wir zu einem Country House machen. Da haben wir aber kein Building Supply. Wir können aber auch diese hier zu einem Townhouse basteln. Dazu brauchen wir nur das Homeware. Ah, und es wird gerade nicht ausgelagert, weil hier keiner arbeitet. Macht Sinn. Aber wir haben hier immer noch 0. Der geht jetzt auch. Das ist okay. Was brauchen die hier nochmal? Ach, die brauchen dieses... Verdammt. Ihr habt es geschrieben. Und ich habe es vergessen. Lass mich mal ganz kurz durch die Dings scrollen. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt die Kapaz... Ach, doch. Ich muss es wissen. Äh, der Kommentar ist nämlich schon ein bisschen länger her. Vergessen, nein. Hab dich nicht vergessen. Ich bin das nicht nützlos. Da, 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 da. Ah, hier. Der gute Sun 2K2K hat nämlich geschrieben. Hätte er sie. Ich habe nochmal nachgeschaut, wenn die Materialien für das Häuser upgraden. Nennt sich Fancy Homeware. Okay. Fancy Homeware. Das heißt unter F. F, 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 F. Das war... Hör auf zu scrollen. Ich habe nur ein Fancy für, Nate. Aber Fancy Homeware? Bist du dir sicher? Also du schreibst ja Fancy Homeware. Dafür brauchst du die Gebäude Homeware Supplier, Metallsmith, Joiner, Precious Mine, Forge. Ja, ist okay. Okay. Kann ich eh nicht herstellen. Aber... Oder meinst du... Aber das Symbol sieht halt ganz anders aus. Wie, äh... Wie das da. Also das ganz rechte. Wir können ja hier schon mal ein Townhouse basteln. Einfach nur, weil wir es können und weil ich wissen will, wie es ausschaut. Ähm... Nehmen wir doch gerade die Hütte hier oben. Zack. Lassen wir die mal upgraden. Wie viele Leute haben wir da, die bauen? Drei Bilder haben wir da. Das ist in Ordnung. Jobs haben wir acht. Echt. Toll. Wenn ich nehme, dann nehmen wir das mal auf einen Job. Sonst dauert es ja eh wie hier. Tatsächlich. Ah, cool. Muss es noch hingebracht werden. Okay. Cool, cool. Wer kriegt das hin? Und wegen es dauert lang. Hm, wie schlecht. Bin ich mal gespannt. 5 von 24, 7 von 19. Also theoretisch müssten wir jetzt noch einen Standard-Pastos bauen, um hier die Pferde reinzukriegen. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich die hier einfach reinstecken soll. Ähm, 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 ähm... Ach Gott, wo war es nochmal? Das spielt man in der Woche nicht und schon vergisst man alles. Ach cool, da kann man nur einbauen. Krass. Okay. Trifting. Destruction. Tools. Bin ich jetzt echt so besoffen? Ah, hier. Standard-Pastos. Äh, wie groß haben wir gebaut? Wir haben die immer mit 12x12. Alles klar. Dann kommt auch hier wieder ein... 12x12. Dann machen wir das Ding auch wieder hier hin. Passt. Jawohl. Weitere Kinder, weitere Studenten. Noch Arbeitshilfe, aber da ist, glaube ich, auch wieder einer gestorben. Sonst hätten wir da nicht... Wobei, wir haben einen reingepackt. Dann passt's wieder rum. Dann passt's. Ist okay. Ist immer noch 0 von 2 drin. Einen haben wir. Du bist schon wieder voll. Alles klar. Dann erstmal hier stoppen. So. Gibt's weitere Gehilfen. 38 St... Ui, hier liegt aber einiges rum. Ja, weil das hier voll ist. Die wissen nicht, wohin damit. Wir brauchen ein zweites Lager. Krass. Ähm. Wir brauchen ein zweites Lager. Weil der schafft's einfach nicht. Das schmelzt schnell genug. Wir haben hier halt auch schon. Iron 99% voll. Das ist hier. Hier kommt das Iron Ore mittlerweile hin. Und da wird er noch gebaut. Wir haben einfach zu viel von dem Kram. Geiße. Ähm. Ein reines Steinlager vielleicht. Stone Stockpilm. Ähm. So ein kleines zumindest. Das war einfach hier irgendwo was zu haben, ne. Und hier ist schon zentral, aber hier will ich ja noch ein paar andere Sachen bauen. Deswegen. Mal packen wir's mal erstmal hier hin. So. Einfach ein kleines. Hauptsache wir kriegen irgendwo was unter. Damit das Hauptlager hier... Also das Hauptlager ist das falsche Wort. Aber damit das da in der Mitte hier nicht... ...nicht zu voll wird. Der ist jetzt auch schon voll mit Holzkohle. Äh. Oder mit Fuel Limit. Alles klar. Weil wir natürlich Brennholz ohne Ende machen mit dem hier. Dann stellen wir den mal wieder um auf Bricks and... Äh. Also was heißt auch... Ja. Auf Bricks. Stellen wir den um. Na der Lumber braucht und Bricks. Aktivieren wir den wieder. Na. Ich sagte aktivieren wir den wieder. So. Und dann switchen wir hier erstmal auf Lumber um. Wir müssen dann das ein bisschen begutachten. 260 Holzkohle. So. Das ist doch ein perfekter Test. Um jetzt einfach zu testen... ...ob die Holzkohle wirklich verwendet wird... ...zum heizen. Weil sonst... ...verbrauchen wir's ja nirgends. Hoffe ich. Und wenn das der Fall sein sollte... ...brauchen wir ein zweites Gebäude für... ...ähm... ...für das Feuerholz. Weil das hier leistet zu sehr. Ja. Das ist... Das ist zu gut. Ich möchte es ja nicht ständig umstellen. Weil ganz vom Feuerholz kommen wir nicht weg. Weil wir ja zum Beispiel... ...ähm... ...den Brennstoff hier... ...und dann können wir den auch aus... Ach. Den könnten wir auch aus Karkohl machen. Wenn wir den aus Karkohl machen... ...brauchen wir natürlich Feuerholz gar nicht mehr, oder? Brauchen wir sonst noch irgendwo Feuerholz? Der braucht's nicht. Der braucht's logischerweise auch nicht. Dann könnten wir da komplett umswitchen. Dann brauchen wir aber definitiv einen zweiten Brickworks. Weil der allein schafft das nicht. Gut, wir könnten hier noch einen zweiten einstellen. Aber ich will mich auch nicht ständig hin und her switchen wollen. Und dem her... Und ja... Was war das? Ich hoffe, das war der Händler und nicht irgendwo Facebook offen. Werde ich das erste mal? Ein Bison. Püsch. Wir könnten eigentlich ständig irgendwelche Dinger kaufen. Ähm... Ganz ehrlich, komm... Wenn wir von jeder Spezies zwei haben, ist das auch in Ordnung. Ähm... Die sind acht wert. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal eben 20 reinpacke... Äh... Reicht das nicht. 50. Uh... Reicht perfekt. Also schade um das Tool eigentlich. Aber dann können wir das... Dann verbrauchen wir da Eisen. Kommt's auch gut. Machen wir Trade. Dann aktivieren wir hier wieder einen. Und packen hier einen rein. Wir haben sogar schon einen. Okay. Hä? Achso, wir haben beide an. Verstehe. Ach, wir haben Facebook offen. Ach, so ne Scheiße. Wo ist denn hier Facebook offen? Sorry. Moment, Moment, Moment. Hä? Ich hab doch nur einen Browser offen. Oh, da. Ja, Ruhe jetzt. Das ist der Nachteil, wenn man zu viele Fenster offen hat. Was ist denn jetzt hier? So, Ruhe da jetzt. Okay. Dann bauen wir gleich noch einen Stall. Auch hier. 12 mal 12. Und das ist das Gleiche wie drüben. Das ist dahin. Einer gestorben. Ein Hunter. Okay. Werden wir überleben. Äh, überleben. Dann können wir eigentlich wieder ausmachen. Das wird eh noch nix. Brauch viel zu viel Brick. Oh, wie schaut's denn aus mit Kleidung? 36, ich hab' noch. Das ist okay. So. Come on. Macht hin. Ich möchte die Pferde da reinpacken. Dankeschön. Dann kommt jetzt hier erstmal das Horst hin. Zack. Und unten in den Stall kommen dann die Wiesernsinn. Dann haben wir in der Hinsicht überall welche. Hier mittlerweile. Vier. Versteh ich's nicht, oder? Das dauert ja ewig, bis da einer benutzt wird. Na ja gut, Hauptsache da wird einer benutzt. Dann kriegen wir nämlich da auch bald so ein Ding hin. Sehr gut. Steinlage wird... Oh. Okay, wird genutzt. Sehr gut. 11 von 24. Okay. Ist das Stein? Äh... Das wär cool, wenn das Stein wär. Aber ist nicht. Das haben sie alles eingesammelt. Mh... Oh, mittlerweile sind die Steinfockern echt weit weg. Ja, hier. Die sind noch relativ nah. Und die hier. Das geht noch. Essen. Ja. Alles noch im grünen Bereich. Passt. Was ist mit dir? Du hast keinen Floor mehr. Ja. Apropos Floors. Was kann man da noch machen? Oat. Eich. Rice. Korn. Weed. Du hast jetzt Barley drin. Ich glaub das, was wir am meisten haben, oder? Eins. Oh. Nur zwei Barley Felder. Schlecht. Wie viele Leute haben wir denn? Noch zwei haben wir frei. Na. Ungern. Ungern. Machen wir mal. Machen wir mal. Es wird gebaut. Yay. Sehr cool. Ähm. Weiß zwar nicht, ob ich davon was hab, wenn ich jetzt hier eine Straße durchziehe. Ich mach's halt, weil's geht. Ich mach's halt, weil's geht. Und dann können wir hier einmal... Einmal so machen. Und vielleicht auch einmal... Einmal so. Das ist so ein bisschen verschwenderisch. Aber hier könnten wir auch ein Lagerhaus hinsetzen. Vielleicht. Das brauchen wir noch Holz. Ist aber nicht das Problem. Der Transport ist grad einfach nur das Problem. Alles klar. Apropos Transport. Bricks. Wie schaut's aus? Wir brauchen mehr davon. Ähm. Brick null. Oh. Okay. Oh, das Häuschen ist fertig. Der Townhouse ist fertig. Okay. Im Vergleich zu denen hier sehen die jetzt nicht sehr arg unterschiedlich aus, oder? Ah. Ein bisschen höher sind sie. Ist okay. Joa, ist okay. Ist okay. Dir fehlt Feuerholz. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Wir haben 415 Feuerholz. Wo liegt denn das rum? Oh, ne Witz. Und 415 Holzkohle. Wo kommt denn das jetzt her? Machen wir noch irgendwo Holzkohle? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Das ist heute ein sehr verwirrender Tag. Da macht's keinen Sinn. Der muss jetzt ordentlich. Sehr schön. Der verbraucht jetzt ordentlich Eisen. Ach guck mal. Die Pferde haben sich mal entschlossen darüber zu gehen. Das ist ja nett. Einmal schön beim Wild vorbei. Hinten rum. Einfach cool, dass die da automatisch rüber gehen. So, das hier ist fast fertig. Okay, es wird eine richtig kleine, nette Farm da unten. Find ich schön. Ähm, was machen unsere Angestellten? Noch zwei Arbeits, äh, Hilfen. Okay. 6 von 24. 7. Produzieren trotzdem schon Eier, oder? Ja, sehr schön. Okay. Also kommt immer wieder Ei zustande. Hier haben wir zwei Bisons. Mh. Der kriegt immer noch Probleme mit seinem Feuerholz. Den brauchen wir den noch. Der benutzt Holz. Sonst benutzt doch hier keiner mehr Holz, oder? Was ist denn Verschwendung? Ja, ich weiß nicht, was er hat. Oder zählt das mit? Ah, oder ist die Holzkohle hier mit eingerechnet, weil sie als, in Anführungszeichen, Feuerholz zählt? Das kann sein. Wie viel Feuerholz haben wir denn? Dann haben wir ja gar nichts mehr. Feuer, Feuer, Feuer. Feuerwut 0, tatsächlich. Alles klar. Dann stellen wir hier wieder auf Feuerwut um. Wusste ich jetzt nicht. Dass das da mit rein zählt, okay, hätte ich mir denken können. So. Alter. Der züchtet aus Gemüse, doministiert der Animals. Verstehe ich das richtig? Das Problem ist, wir können eigentlich nur Barley reinschmeißen. Und davon haben wir selber zu wenig. Okay, wir brauchen noch mehr Barleyfelder. Wir brauchen deutlich mehr Barleyfelder. Und skinnen dafür immer die Leute aus. Ganz, ganz ehrlich. Food Production, wo ist es denn? Resource Food. So. Shopfields. Was haben wir hier? 8x8, ne? Gut. 8x8. 8x8. So. Und hier sind 8x8. Erstmal die drei Felder anlegen. So. Wir haben jetzt All Autumn. Sehr gut. Dann können wir das nämlich jetzt erstmal wieder wegpacken. Da will ich ja eh was anderes hinpacken. Das ist okay. So. Wir haben jetzt hier Barley, Tomaten und Cabbage. Dann können wir hier definitiv auf jeden Fall Barley anpflanzen. So. Der müsste das irgendwann kapieren, der eine da. Jawohl, hat er auch. Ja, hier muss erstmal einiges removed werden. So. Einfach damit es geschlossen ist, voll. So. Wir haben jetzt hier Tomaten. Wir haben hier Barley. Das heißt, hier haben wir kein Barley. Dann. Oh, falsche Taste. Dann kommt jetzt hier auch Barley hin. Dann haben wir hier Barley, Barley. Und hier Barley. Nichts. Dann können wir hier den Brokkoli anbauen. So. Dann haben wir gar keinen mehr als Ersatz. Dann gehen wir hier mit einem runter. Das ist okay. So. Leidung geht uns langsam auch aus. Dann müssen wir hier erstmal wieder einen einstellen. Wolle haben wir nicht. Gehen wir auf Leder. Zack. Zack. Da kommt der Autosave. Hoho. Und hier packen wir die Bisons rein. Jetzt kriegen wir Probleme. Wir kriegen richtige Probleme. Wo können wir denn welchen abziehen? Wir sind mit Holz voll. Ziehen wir erstmal einen bei Holz ab. Wenn wir so voll sind. Okay. So. Eventuell auch hier bei den, ähm, beim Gatherer. Können wir hier mal um eins runter gehen. So. Hätten schön viele Kinder, die hier nachkommen. Sag mal. 14 Stück. Und der hier, der hat schon sechs Stück. Okay. Oh, der hat auch schon 200 Barley mal kurz eingesackt. Alles klar. Der hat auch Barley. Die Ernte hat halt noch gut was gebracht. Die letzte. Ähm, was kann man hier noch anpflanzen? Momentan gar nichts. Wüsste jetzt nicht was. Sowas ich wüsste auch nicht wenig draufsetzen soll. Wir haben keine mehr. Toll. Da eben habe ich einen abgezogen und schon ist einer gestorben. Tiss. So, die Bisons sind jetzt auch dort. Lass uns mal kurz schauen. Ähm, ja, schalten wir das mal aus und schalten. Oh, was hat der? Hardwood, Firebündel und Cokefuel. Weiß jetzt nicht. Kann ich ja selber anpflanzen. Brauchen wir jetzt nichts davon. Was ich schauen wollte, war noch eben kurz im Inventar. 250, tatsächlich. Boah, geil. Das ist ja übel. Ja, blödsinnig nur noch Feuerholz reinzupacken. Okay, das merken wir uns. Ja, im Endeffekt können wir hier jetzt auch einfach runtergehen. So. Passt. Aber ich würde sagen, das war es erstmal wieder für diese Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie es hier weitergeht, das seht ihr natürlich wie immer beim nächsten Mal. Und jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Der liebe Peter Maus hat mich vorhin dran erinnert, beziehungsweise nicht dran erinnert. Ich war vorhin bei ihm in seinem kleinen Streamchen. Und ich soll auch ganz liebe Grüße von Peter an den guten Zarum ausrichten, den er ja auch schon besucht hatte. In diesem Sinne, ich grüße dich und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020